Wow. Verstehst du? Was ist denn heute für ein Tag? Ich weiß es nicht. Das Datum steht da drüben. Heute Mittwoch 18. Ich habe gerade von meinem eigenen Wein geschnasselt. Meinen eigenen Himbeer, Blaubeer, Cranberry, Rotwein. Und ich muss sagen, der schmeckt, als hätte ich ihn bei Rewe gekauft. Wirklich. Meinen eigenen Wein zum Kochen ist eigentlich viel zu schade. Aber ich habe noch ein paar Serbe-Buddels da. Unten der Sud bleibt drin. Die Hefen. Poff. Glaub mir. So ein Essen hat noch keiner in Berlin gemacht. Mit dem eigenen Rotwein. Ich fühle mich ein bisschen wie Gerard Depardieu. Nur, dass meine Nase noch nicht so dick und rund ist. Aber ich arbeite ganz fest daran. Ich weiß, es ist bald so weit. Also mein Bauch ist schon fast. Ich könnte eine Obelix-Rolle können nicht spielen. Aber momentan werden keine Video und keine Kino-Filme gemacht. Geht ja keiner ins Kino. Wozu denn? Mann, das blubbert. Und der Rotwein schmeckt so Hammer. Mann, schmeckt der gut. Muss mich selber auf die Schulter kloppen. Muss mich selber auf die Schulter kloppen. Muss mich selber auf die Schulter kloppen. Vielen Dank.